Hallo und willkommen zu einem weiteren Windows Tutorial. Es geht diesmal nicht um Windows 10, sondern um Windows 11, das aller Voraussicht nach Oktober 2021 erscheinen wird. Jetzt handelt es sich bei dieser Installation um eine Insider Version. Das bedeutet, dass sich noch das eine oder andere ändern mag. Nichtsdestotrotz möchte ich Windows 11 schon mal kurz vorstellen und den Anfang machen die Designs oder auch Themes genannt. Hier in diesem Bereich Personalisierung gibt es in Windows 11 die Möglichkeit, das Aussehen sehr stark anzupassen und ihr könnt sehen, dass schon sechs Designs vorinstalliert sind. Mit einem Klick kann ich ein Design auswählen, ein helles oder auch ein dunkles Design und dann könnt ihr sehen, dass sich dementsprechend das Aussehen von Windows 11 ändert. Zu den Designs gehören ein oder mehrere Bilder. Diese Bilder kann man dann mit einem Rechtsklick auf den Desktop ändern. Hier gibt es jetzt den Auswahlpunkt nächster Desktop Hintergrund und das führt dann eben dazu, dass ein anderes Bild ausgewählt wird. Kommen wir als nächstes zum Startmenü. Ihr könnt sehen, dass die Icons jetzt in der Mitte angeordnet sind. Das kann man übrigens ändern. Es ist also möglich, mit einem Rechtsklick auf die Taskleiste, die Taskleisteneinstellungen anzupassen und hier ließe sich dann zum Beispiel das Verhalten der Taskleiste ändern, unter anderem auch die Ausrichtung. Man kann dann hier von zentriert auf links schalten, sodass man dann die Anordnung hat, wie man sie auch aus Windows 10 kennt. Ich belasse sie jetzt mal in der Mitte und dann klicke ich auf das Startsymbol. So sieht also dann das neue Startmenü aus. Letztendlich teilt es sich in drei Bereiche ein. Hier oben die Suchleiste, dann darunter die angepinnten Applikationen und darunter dann die empfohlenen bzw. zuletzt geöffneten Dateien. Wenn ihr eine Liste haben möchtet mit allen installierten Programmen oder hier heißt es jetzt Apps, dann klickt ihr hier rauf und dann erscheint eine Übersicht ähnlich der Liste, wie man sie auch aus Windows 10 kennt. Allerdings fällt auf, dass hier einige Sachen verschwunden sind und zwar alle Applikationen, die irgendwie mit der Systemadministration zusammenhängen, denn die befinden sich jetzt in den Windows Tools und die Windows Tools kann man über die Systemsteuerung, die es weiterhin geben wird, aufrufen. Ihr könnt sehen, dass es hier in der Systemsteuerung im Bereich System und Sicherheit gibt und in dieser Kategorie findet man die Windows Tools und damit ich hier schnell darauf zugreifen kann, habe ich hier meine Verknüpfung hier auf den Desktop erstellt. Und zu den Windows Tools gehören dann die bekannten Sachen, die man auch schon aus Windows 10 kennt, also zum Beispiel die Computerverwaltung, Remote Desktop-Verbindung, Ereignisanzeige, Datenträger, Bereinigung und so weiter und so fort. Über das Startmenü lassen sich Anwendungen starten und darüber hinaus könnt ihr mit der rechten Maustaste auf ein Programmsymbol klicken und habt dann weitere Möglichkeiten. Interessant ist, dass man hier rüber direkt Anwendungen deinstallieren kann und dass sich hier rüber auch etwa die Einstellungen aufrufen lassen. Was haben wir noch in der Taskleiste? Da wäre zunächst hier dieses Suchfenster, wobei ihr hier zwischen Apps, Dokumente, Web und so weiter differenzieren könnt. Dann folgen die virtuellen Desktops. Die waren ja auch schon Windows 10 vorhanden. Sehr praktisch, wenn man mehrere Applikationen offen hat. Und dann sind die Widgets zurück. Sie gab es ja schon in Windows Vista, glaube ich. Jetzt sind sie also in Windows 11 wieder vorhanden. Allerdings kann man sie zumindest bisher nicht frei auf dem Desktop platzieren, sondern sie sind in diesem transparenten Fenster auf der linken Seite angeordnet. Standardmäßig installiert in Windows 11 ist Microsoft Teams. Daneben befindet sich das Symbol für den Dateiexplorer und ihr könnt sehen, dass er jetzt mit einem modernen Outfit daherkommt. Die Menüleiste, dieses alte Menüband gibt es nicht mehr. Stattdessen beschränkt sich das hier auf die wichtigsten Funktionen, also zum Beispiel ausschneiden, kopieren, einfügen oder auch löschen von Dateien oder Verzeichnissen. Insgesamt kann man also sagen, dass jetzt der Dateiexplorer wesentlich aufgeräumter daherkommt. Selbstverständlich ist in Windows 11 der Browser Edge vorinstalliert und ebenfalls standardmäßig vorhanden ist das Windows Terminal. Hier könnt ihr also zum Beispiel die neue PowerShell starten oder auch die alte PowerShell. Selbstverständlich ist auch die gute alte Eingabeaufforderung vorhanden. Ich habe jetzt hier auf diesem System kein Linux installiert. Natürlich lässt sich auch hier ein Linux hinzufügen, was dann dazu führen würde, dass man im Windows Terminal zum Beispiel die Bash starten könnte. Mit einem Rechtsklick auf das Startmenü hat man übrigens weiterhin Zugriff auf verschiedene Elemente des Betriebssystems, sozusagen ein Schnellzugriff. Zum Beispiel ließe sich hier bei der Taskmanager aufrufen, der Dateiexplorer oder auch die Computerverwaltung und hierüber gelangt man auch in die Einstellungen. Und die sehen jetzt anders aus. Sie sind übersichtlicher geworden. Hier auf der linken Seite sind jetzt in dieser linken Spalte die einzelnen Kategorien angeordnet und eine hatten wir uns ja schon am Anfang angeschaut, nämlich hier die Kategorie Personalisierung. Hier lässt sich also Windows 11 sehr stark an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus findet man dann hier zum Beispiel eine Kategorie für Bluetooth-Geräte, Netzwerk und Internet oder zum System. Windows Update findet sich natürlich auch. Datenschutz und Sicherheit. Also das ist dann, was die Kategorien angeht, sehr ähnlich zu dem, was man auch schon aus Windows 10 kennt. Die anderen hier verbliebenen drei Symbole, die ihr sehen könnt, übrigens sind nicht standardmäßig in der Tastliste vorhanden. Die habe ich hinzugefügt. Das ist hier bei mir Visual Studio Code, Outlook und Microsoft To-Do. So, damit sind wir auch schon ans Ende gelangt. Ich werde jetzt nach und nach die Windows 10 Tutorials, die ich bisher veröffentlicht habe, aktualisieren und dann im Detail auf die einzelnen Elemente von Windows 11 eingehen. Den PC kann man übrigens ausschalten, wenn man hier das Startmenü anklickt und auf der rechten Seite findet ihr dann den Ein-Ausschalter und auf der linken Seite kann man die Kontoeinstellungen ändern oder sich auch vom System abmelden. Ich sage dann Tschüss und bis zum nächsten Windows Tutorial.